So, es ist tatsächlich wahr geworden, Mike Rush meldet sich zurück, passenderweise aus dem Urlaub, vier Jahre lang nichts Neues musikalisches von mir gehört und jetzt ist es soweit. Hier die Handel und ich, wir befinden uns noch im Hotelzimmer, quasi noch in der Ruhephase, aber die Handel und ich ab dem 08.01.2016 offiziell released ein Track nach einer Idee von Personal Coach Manuel Dietz, produziert von Valentino Moroder von den Clubcrushers und die Vocals und den Text. Habe ich bei gesteuert, Mike Rush, der erste Track überhaupt im Deutschrap-Bereich seit Pump die Handelbank von Automatik aus dem Jahr 2008, sofern ich mich recht erinnere, wo es tatsächlich inhaltlich auch ums Krafttraining geht, ums Pumpen geht. Jeder Rapper in Deutschland macht einen auf Fitnesswelle, aber keiner macht den richtigen Track dazu, wo er wirklich mal explizit textinhaltlich aufs Krafttraining eingeht. Und deswegen haben sich die Handel und ich überlegt, auf iTunes, auf Musicload, auf Spotify vorbeizuschauen, bei euch am 8. Januar. Danke Manuel Dietz für die Idee, danke Valentino Moroder für den fetten Beat und ihr werdet das Ganze am 8. Januar 2016 um die Ohren geklatscht bekommen. Freut euch drauf, endlich wieder Mucke zum Pumpen, endlich wieder richtig geile Mucke zum Pumpen. Und ja, die Handel und ich, wir machen jetzt noch ein bisschen Urlaub und am 8.01. ist es dann soweit. Peace. Peace.